Und jetzt kommt, bevor Nümmes dann auch noch spielt, nochmal Jana Zahn. Schon wieder, schon wieder, schon wieder steht der Wasser vor der Tür. Was macht er da, was will er hier? Oh Schreck, er will an Deutschlands Gas. Der Putin lacht, das macht ihm Spaß. Der Deutsche hat die Hosen nass. Oje, 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 Mini, oje, Mini, O-N-S-A, O-N-S-A. Der Ami, der Ami, der Ami plant schon einen neuen Sieg. Es läuft der Propagandakrieg, die Melodie, die kennen wir. Es war schon immer üblich hier. Schon wieder, schon wieder, schon wieder, schon wieder, schon wieder steht der Russe vor der Tür. Schon wieder, schon wieder, schon wieder steht der Russe vor der Tür. Und wer ist drin und wer bleibt hier? Oh Schreck, der Ami und der geht nicht wieder weg. Und nun zum Abschluss doch etwas Milderes, etwas zum Nachhause nehmen, hoffe ich. Wir Menschen, die den Frieden lieben, wir sind so viele, wir sind Legion. Wenn wir uns wehren gegen die Kriege, kann keine Bombe uns mehr bedrohen. Wir Menschen, die den Frieden brauchen, wir haben Mut genug, dafür einzustehen. Wenn wir im Frieden schon Kampfgeist zeigen, kann keine Regierung uns widerstehen. Krieg heißt Zerstörung, Vertreibung, Terror, Hunger und Wunden, Verzweiflung, Not. Löst keine Fragen, kennt keine Antwort, bringt auch dem Sieger vielfachen Tod. Krieg kostet Leben, auch schon im Frieden, verschlingt die Rüstung, das ganze Geld. Wie viele Schulen und Krankenhäuser könnte man bauen in aller Welt? Die Herren, die am Krieg verdienen, sie scheuen lieber das Tageslicht. Wenn wir ihren Lügen nicht länger glauben, erreichen sie ihre Ziele nicht. Ihr Mütter habt doch euren Söhnen, das Leben nicht für den Krieg geschenkt. Gebt sie nicht her, dass keine Mutter an sie als Mörder ihrer Söhne denkt. Wir Menschen, die den Frieden brauchen, wir haben Mut genug, dafür einzustehen. Wenn wir im Frieden schon Kampfgeist zeigen, kann keine Regierung uns widerstehen. Ja, Dankeschön.